Sind Sie denn, ich muss mal fragen, schon verlobt oder gar heimlich verheiratet? Ich bin immer noch nicht verlobt. Und heimlich heiraten würde ich natürlich nie im Leben. Ich muss ja immer alles in die Welt hinaus posauen. Und auch wenn ich verlobt wäre, hätte ich längst schon was gepostet. Also, nee, gar nichts von den beiden. Ja, denn das noch was? Muss ich mal fragen. Ja, ich weiß nicht, ob das noch wirklich was wird. Ich kenne auch die Gründe nicht, warum man mir keinen Antrag macht. Klar, ich weiß, ich bin halt echt eine verrückte Nudel. Man sollte sich das sehr gut überlegen, ob man mich heiraten will. Aber so eine Verlobung ist ja auch noch nicht wirklich bindend. Ich meine, mein Gott, eine Verlobung kann man auch wieder lösen. Und daher kann er sich das ruhig trauen. Würden Sie ja sagen? Ich bin mir unsicher, ob ich ja sagen würde. Also, vor zwei Jahren hätte ich ja gesagt. Aber ich finde es immer so ein bisschen blöd, sich erst nach zwei, drei Jahren zu verloben. Ich weiß nicht, ich finde, sowas muss relativ schnell kommen. Und manchmal hat er schon so Seiten an sich, wo ich denke, oh mein Gott, das soll ich dann mein Leben lang aushalten. Ja, wir müssen uns beide ein bisschen ändern, glaube ich, damit es dann wirklich zu einer Hochzeit kommt.